Moin moin Freunde was geht und willkommen zu meinem Laber Vlog. Wir müssen reden auf jeden Fall, weil ich habe nämlich paar Neuigkeiten, die jetzt in den nächsten Wochen so stattfinden werden auf diesem Kanal und wo ich halt dann bin. Und dann, das gibt es jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Ja Leute, auf jeden Fall willkommen auf meinen Kanal und ja, wie der Titel schon so heißt, ich komme ins Fernsehen. Ja, ich komme ins Fernsehen. RTL 2 am 20.11. um 15 Uhr und das ist nämlich mit den Lieben von Thomas, der hat mitgemacht, wir beide sind nämlich angetreten gegen ein anderes Team, beim Trüdel-Duell. Das ist das Logo und das Trüdel-Duell findet schon seit dem 6.11.2017 statt auf RTL 2. Ja, ich weiß, RTL 2. Aber egal, trotzdem, das ist, sagen wir mal, ein gutes Format. Auf jeden Fall, ich habe mir das angeguckt vom Schnitt und von dem Pacing, von der Geschwindigkeit. Es ist auf jeden Fall ein cooles Format und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr da mal reingucken würdet. Vielleicht bekommt man ja auch noch ein paar Leute mehr auf diesem Kanal, die das angucken oder keine Ahnung. Na, auf jeden Fall wollte ich das euch nur sagen, dass ich ins Fernsehen komme. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 2. Das ist nämlich auf jeden Fall, ich bin unterwegs mit dem Sebastian von der Grusel-Seite.com. Wer den ihr noch nicht kennt, die ist auch verlinkt in der Infobeschreibung und so sieht die hier so ein bisschen aus hier. Auf jeden Fall ist das eine coole Horror-Seite. Ich kenne die schon jahrelang, ihn kenne ich auch, er kommt ja aus Bremen. Und auf jeden Fall, mit ihm bin ich heute unterwegs. Ich sollte hier ein bisschen Kameramann spielen, wird auch das Footage verwenden, um euch das einfach zu zeigen. Ich bin nämlich auf dem House of Horrors. Das House of Horrors findet nämlich am 10. bis zum 12. November statt. Und ich bin auf jeden Fall am 11. November vor Ort. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich gerne da hingehen in Oberhausen und zeigt auf mich und sagt hier, ey Dennis, mein Moin und so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, komm rum und sag mir Hallo. Ja, da geht es Schlag auf Schlag weiter. Dann bin ich nämlich am 1. bis zum 3. Dezember in Köln. Das ist nämlich das Tubers Club Treffen Nr. 10. Das ist so eine kleine Gemeinschaft einigen YouTubern, die schon sehr große Reichweite generiert haben. Und ich bin auch ein Bestandteil dieser Gruppe. Was mich auf jeden Fall sehr freut. Und ich habe auch schon den Ben Schulz kennengelernt. Der leitet das hier alles und so weiter. Und hier in der Videobeschreibung ist natürlich auch ein bisschen was drin. Einige sind auf jeden Fall echt, die habe ich schon ein bisschen kennengelernt. Die sind auf jeden Fall super nett. Und so muss man auch sagen, ein bisschen connecten und so weiter. Das ist auf jeden Fall der Tubers Club. Und ich bin gespannt, was da los ist. Vielleicht kann man sich auch da treffen. Das weiß ich aber noch nicht. In Köln auf jeden Fall. Nähere Infos wird es auf jeden Fall geben auf Facebook, Twitter oder halt bei Instagram. Ja, und auf jeden Fall könnt ihr mich treffen mit den Thomas am 9. Dezember 2017 in Dortmund. Und da ist nämlich die Comic-Con. Die German Comic-Con in Dortmund. Und da sind wir nämlich auch vor Ort und werden auf jeden Fall ein bisschen davon berichten und so weiter. Und wenn ihr uns sieht, sprecht uns an. Sagt Hallo und Moin. Ja, und dann fällen wir noch natürlich ein. Wir haben natürlich die 600 geknackt. Ich habe ja versprochen, bei 500 gibt es halt ein Gewinnspiel. Das werde ich jetzt vorbereiten. Das wird jetzt am Wochenende kommen. Ich bin natürlich jetzt noch auf den House of Horrors. Das wird sich ein bisschen verspäten. Denkt mal auf den Sonntag. Auf jeden Fall haben wir heute ja den Freitag. Und ich muss sagen, wie gesagt, Dankeschön, dass wir das geschafft haben. Das freut mich wirklich mega riesig. Und ich glaube, die Tausend ist auch nicht mehr weit. Und dann würde ich sagen, weil das natürlich dann so gut läuft, gibt es natürlich von mir schon mal als Info, es gibt auf jeden Fall was Tolles zu gewinnen. Und was es zu gewinnen gibt, das sieht der jetzt sehr am Sonntag. Apropos gewinnen. Was gibt es noch auf diesem Kanal zu sagen? Es wird nämlich zu Weihnachtszeit, habe ich mir auch gedacht, gibt es auch schöne Gewinne zu gewinnen. Und ich habe gedacht, zu jedem Adventstag wird es dann halt was zu gewinnen geben. Also freut mich schon mal auf tolle Gewinne zur Weihnachtszeit. Ja, und ansonsten kann ich nur eins sagen. Es werden hier auf jeden Fall noch gute Sachen kommen. Faktenvideos. Es wird dann noch was figurmäßig kommen, wie ich jetzt hier gerade so eine habe. Die könnte ich auch noch mal vorstellen. Mein neuer Transformers. Naja, aber auf jeden Fall. Es wird hier noch einiges geschehen. Wenn ihr Wünsche habt, könnt ihr es natürlich mal gerne reinschreiben. Apo gewünsche. Ich möchte mal gerne dieses Kommentieren nochmal wieder auferleben. Ich habe schon ein paar Sachen gesammelt. Aber wenn ihr mal setzt den Hashtag FragNerd, dann könnt ihr immer gerne das reinsetzen in die Kommentare. Und dann kann ich auch ein bisschen Fragen machen und das neue Format so ein bisschen mit rein machen. Also Hashtag FragNerd. Und dann würde ich sagen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Kommentar. Lasst natürlich ein Abo da. Teilt das Video. Und ja, keine Ahnung. Und wenn ihr noch Bock habt, dann könnt ihr natürlich gerne auch bei anderen Videos noch vorbeischauen von mir. Ja, und guckt bei den lieben Fantomas vorbei. Und ich sag mal, bis denn und schau und bam. Bum, 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 bum. Bis dann, bis dann. Bis之後. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Fakt. Bis dann. Da! Bis zum nächsten Mal.